Was geht ab Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Altcoin-Update-Video. Ja, ihr habt es euch wieder gewünscht. Cardano war einer der häufigsten Wünsche. Es werden jetzt aber nach und nach immer wieder mehr Altcoin-Update-Videos kommen. Ihr könnt wie immer gerne schon mal in den Kommentaren unten reinschreiben, welche Altcoins ihr euch wünscht. Als nächstes wird es wahrscheinlich noch Lossless geben, weil der Wunsch auch sehr, sehr groß war. Aber wie gesagt, alles kriege ich dann auch nicht unter. Deswegen starten wir heute erst einmal wieder mit Cardano und die nächsten Tage dann immer, immer mehr Altcoin-Update-Videos. Ja, Cardano, wie gesagt, wurde sich sehr oft gewünscht, ist auch in einer interessanten Zone, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Nicht nur in den größeren Timeframes, auch in den kleineren Timeframes. Was genau ansteht, das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video anschauen. Doch bevor wir starten, wie immer gerne dem Video ein Like da lassen. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Natürlich auch gerne den Zweitkanal, dort erwarten euch noch mehr Altcoin-Update-Videos. Und gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf Updates oder Trading-Signale, kommt da gerne rein. Link unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr Bock drauf habt, einer der 850 knapp da drin zu sein, kommt da gerne rein. Gut, und damit würde ich sagen, genug Eigenwerbung gemacht. Ich würde sagen, direkt rein in den Chart. Momentan traden wir bei Cardano bei ungefähr 0,33 US-Dollar-Cent. Ihr seht schon, ich habe hier so eine Art Symmetrical Triangle eingezeichnet. Nachdem wir hier oben nicht über die Zone von 0,42 US-Dollar-Cent gekommen sind, haben wir erstmal einen kleinen Downtrend bekommen bis knapp unter 0,30 US-Dollar-Cent, bevor wir jetzt hier in so einem kleinen Continuation-Pattern momentan konsolidieren. Natürlich muss man sagen, die ganzen Altcoins momentan nicht wirklich performbar. Wenn wir jetzt Bitcoin nochmal zum Vergleich anziehen, wo es hier innerhalb kürzester Zeit um 7.000, 8.000 Dollar nach oben hingeht, ist diese Bewegung hier im Endeffekt gar nichts. Und wir sind hier auf einem 4-Stunden-Timeframe. Also ihr seht hier einfach nur ein bisschen Continuation. Kaum wirkliche Bewegung. Nicht wirklich Bullish, muss man ganz ehrlich sagen. So, jetzt gehen wir aber mal ganz kurz in den Daily-Timeframe. Warum war jetzt hier dieser Bounce so wichtig? Dafür müssen wir einmal das FIP-Level ziehen. Ich weiß, viele kennen es vielleicht schon, trotzdem möchte ich für alle neuen Zuschauer das nochmal hier einzeichnen. Und zwar sind wir hier unten in diesem Bereich bei den 0,30 US-Dollar-Cent im Golden Pocket. Das heißt, im Bereich zwischen 0,618er und 0,65er Fibonacci Retracement-Level geht bei uns. Wir hatten kein Close drüber, das ist schon mal Bombe. Und wir haben hier mehrere Tage an diesem Level verbracht und immer dann eine schöne impulsive Kerze nach oben hin bekommen. So, diese Impulsivität hat jetzt aber deutlich nachgelassen, was kein wirklich gutes Zeichen ist. Weil normalerweise möchten wir aus diesem Golden Pocket, was ja wirklich nochmal ein Trend-Wende-Bereich ist oder hier in diesem Fall auch eine Trend-Bestätigung darstellt, wirklich einen impulsiven Move nach oben hin sehen. Diesen haben wir aber nicht bekommen. Zwar kurzfristig, das muss man schon sagen, hier am, wann war das? 12. März mit schön impulsiven Kerzen, zwei Stück, zwei Tage in Folge und danach deutliche Abverkaufslevel, die wir hier oben reinbekommen haben. Und seitdem konsolidieren wir hier. So, jetzt machen wir dieses FIP-Level mal ganz kurz weg und schauen mal an, okay, wo sind wir denn hier rejected? Ziehen dafür das FIP-Level von unserem High bei 0,42 bis zu dieser Abwärtsbewegung. Da sehen wir, wir sind gerade mal ans 0,5er Fibonacci Retracement-Level gekommen. Das ist natürlich nicht, sag ich mal, die beste Entscheidung, dass wir sofort beim 0,5er hier rejected werden sind. Es ist die Möglichkeit, ist immer da, dass wir schon bereits am 0,5er korrigieren. Ist jetzt aber hier meines Erachtens nach immer noch ein bisschen zu früh. Deswegen hat sich der Kurs jetzt hier erstmal ein bisschen für eine Continuation entschieden. Dafür gehen wir jetzt mal ganz kurz in den 4-Stunden-Time-Frame, was hier aber noch ein bisschen auffällig ist. Und deswegen habe ich auch dieses Symmetrical Triangle erst einmal eingezeichnet. Ich kann mir hier sehr, sehr gut vorstellen, dass wir nochmal ein Fake-Out sehen. Denn, ihr seht hier unten deutlich sehr, sehr viel Volumen bei den 0,3156. Ich habe hier schon mal diese Zone eingezeichnet. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier eben nach unten hin ausbrechen. Das würde zu Bitcoin passen, weil wir bei Bitcoin deutlich überhitzt sind, meines Erachtens nach immer noch ein bisschen. Und da eine Korrektur bis 25k auf jeden Fall im Raum steht. Und bei Cardano würde das eben bedeuten, okay, wir gehen hier nochmal in den Bereich der 0,31. Vielleicht nur mit RIG und versuchen dann diese Fake-Out-Gelegenheit zu nutzen. Und dann zumindest mal in die 0,37er-Region hier oben vorzustoßen. Das ist jetzt erstmal so ein bisschen der kurzfristige Plan. Aber das Symmetrical Triangle müssen wir natürlich erstmal ein bisschen im Blick behalten. Es kann genauso sein, dass wir ein bullisches Breakout kriegen, dass Bitcoin sich erst Richtung 28, 8 oder sogar knapp 30.000 US-Dollar bewegt. Oder einfach jetzt konsolidiert und wir jetzt eine kleine Alt-Season bekommen, wobei es danach ehrlich gesagt momentan nicht aussieht. Dann können wir dieses Schema da ein bisschen vergessen. Und dann brechen wir möglicherweise erst nach oben hin aus, kriegen die Rejection hier oben im Golden Pocket und versuchen uns dann hier unten die 0,31 nochmal abzuholen. Also ihr seht, es ist beim Symmetrical Triangle immer ein bisschen schwer. Ja, normalerweise ist die Chance für das erste Setup, was ich euch jetzt gerade gezeigt habe, dass wir zuerst die 0,31 sehen, deutlich, deutlich größer. Weil ein Continuation-Pattern, sollten wir aus einem vorherigen Downtrend kommen, so wie es jetzt hier der Fall ist. Also wir haben hier ganz klar einen Downtrend von den 0,42, wo wir runter sind, bis ungefähr 0,30 ist ein Downtrend. Knapp 25 Prozent, die wir hier gefallen sind. Dann dieses Continuation-Pattern, was wir jetzt bilden, ist eher dafür, dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass wir den Trend, der davor herrschte, fortsetzen. Deswegen sehe ich jetzt momentan dieses hier erstmal ein bisschen als ein Drittel-Wahrscheinlichkeit und das andere als zwei Drittel-Wahrscheinlichkeit. Aber da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. So, wie positionieren wir uns jetzt hier? Also, für alle, ich sage jetzt mal Spot-Hodler, war jetzt hier unten erneut einfach die Chance, bei den 0,30 oder 0,31 auf jeden Fall nochmal nachzukaufen. Unsere zweite Spot-Chance liegt einfach hier unten in dem Bereich der 0,18. Ob wir die noch sehen werden, wage ich ganz, ganz ehrlich erst einmal zumindest zu bezweifeln nach jetzigem Stand. So, aber das ist unsere Spot-Zone für alle Spot-Hodler, weil sich da auch nochmal gewünscht wird, hey Manu, sag doch einfach nochmal, wo ist denn die Spot-Zonen? Wir haben über die letzten Monate so viele Altcoin-Videos gemacht, da habe ich immer wieder gesagt, da und da wären mögliche Spot-Zonen zum Kaufen, wo wir auch selber akkumuliert haben. Deswegen sage ich das jetzt zukünftig auch wieder ein bisschen öfters, dass ihr da nicht auf irgendeinen, sage ich mal, schon fallenden Messer greift oder irgendwie den Zug verpasst. Ja, auf jeden Fall hier unten die 0,31,50, das wäre so die erste Zone, wo ich mal über einen Long-Trade nachdenken würde, einfach aufgrund der Liquidität, die da unten liegt und dann ein mögliches Fake-Out, sage ich mal, traden würde, zumindest bis in den Bereich der 0,37. Andererseits sollten wir erst dieses Fake-Out nach oben hinkriegen, bis in 0,37, also in das Golden Pocket hier oben hinein, wo wir auch noch eine kleine Ineffizienz haben. Das zeige ich euch mal hier ganz kurz, hier in diesem Bereich. Passt auch perfekt mit dem Golden Pocket überein. Dann würde ich mich hier oben auf jeden Fall short orientieren. Stop-Loss muss aber mindestens hier oben über das 0,786er, das heißt, man muss hier mindestens mit zwei Orders arbeiten. Das heißt, Entry beim 0,65er und zweite Entry beim 0,786er, um das Risiko einfach fast zu halbieren, man hier nur noch mit 3, bis 3,5 Prozent hantieren kann. Gut, das war es jetzt erstmal so ein bisschen zu Cardano. Ihr seht, die Konsolidierungsphase ist immer ein bisschen öde, hier irgendwie Setups rauszufinden. An sich grundsätzlich bin ich noch bullisch eingestellt, wegen dem Bounce im Golden Pocket, was jetzt Cardano daraus macht. Wir brauchen einen Abtrend, wir brauchen ein höheres Hoch und wir müssen für vor allem einen Abtrend nachhaltig das Hoch bei 0,42 rausbrechen. Dann können wir auch erst einmal Ziele in Angriff nehmen und das werde ich euch jetzt auch nochmal ganz kurz zeigen. Und zwar von unserem Korrekturlevel ziehen wir nochmal das FIP bis zu unserem, sag ich mal, Tiefpunkt. Und dann wären die nächsten Ziele einerseits hier die 0,50, die 0,62 und maximal die 0,75 US-Dollar Cent. Das heißt, wir haben hier Potenzial nach jetzigem Stand auch nochmal für die ganze Spot-Hotler da unten von 123 Prozent. Und ihr seht, dieses 3,618er FIP-Level passt hier oben sehr, sehr gut mit einer weiteren Ineffizienz überein. Also es ist nicht wirklich ausgeschlossen, diese Level haben schon ihren Sinn, dafür muss aber jetzt auch wirklich ein bisschen Bewegung nach oben hin reinkommen. Gut, dann würde ich sagen, war das ein gutes Schlusswort. Also ihr seht hier, 123 Prozent sind möglich, wann das sein wird, das kann euch keiner sagen. Aber es sind auf jeden Fall gute Anreizpunkte, die wir in den nächsten Wochen oder Tagen, Wochen, Monaten erreichen könnten. Gut, das war es von meiner Seite. Ich würde sagen, wir hören uns entweder später nochmal oder morgen früh dann zu einem weiteren Altcoin-Update-Video oder Bitcoin-Update-Video. Je nachdem. Das war es von mir. Ein Like da lassen, ein Abo da lassen und gerne in die Telegram-Gruppe reinjoinen. Das war es von mir. Bis dahin. Ciao, ciao und wie immer, stay quick.